So, moin und herzlich willkommen zu Let's Back Kingdom Hearts Hardly in Spypro Remix, Birthmaster League Final Mix. Yo, in Let's Back haben wir, ja, das Verwurtschenreich abgeschlossen und wir sind jetzt in Raining Garden angekommen. Und ja, wir gehen weiter. Ich habe von gespeichert einmal, nicht dass ihr denkt, die Party speichert die ganze Zeit schon nicht. Nein, ich habe es immer wieder gespeichert, nachdem ein paar Parts, die wir aufgenommen haben bisher. Ich kann mich fühlen, die Licht. Ich kann mich nicht so kämpfen, dass ich so kämpfere. Ja! Hurry! Du musst die Mädchen nach einem Ort, das ist sicher. Wer bist du? Warum hast du eine Keyblade? Ich werde dir später sagen. Jetzt müssen wir diese Dinge stoppen. Naja, man trifft, glaube ich, auch nicht immer auf so eine Maus mit einem Schlüsselschmerz. Das tut man nicht immer. Die Szene, die wir gerade gesehen haben, die davor mit ihr und ja, da ist eine wichtige Szene dazwischen. Ihr könnt ja in den Kommentar reinschreiben, wovon ich jetzt wirklich rede. Es ist eine wichtige Szene, sagen wir mal so. Besiege mit deinem neuen Freund zusammen alle Universierten. Unser neuen Freund kennen wir eigentlich schon. Wir haben ihn schon ein paar Mal getroffen. Ganz explizit in der Geschichte von Ventus haben wir ihn ein bisschen mehr ausführlicher gehabt. Ich erinnere euch an den Kampf gegen Venitas zum Beispiel. Da hatten wir ihn dabei. Und ja, hier ist unser Freund auch dabei und will uns helfen. Das ist schön und freut mich. Wir müssen echt aufpassen jetzt so. Eisra eventuell machen, das wäre gut. Jetzt kriegen wir irgendwie Diamant jetzt. Und einmal Blitzra machen. Alter, ich wollte mich verarschen. Ich wollte gerade in Kenia. Und tschüss, Mann. Nichts sei ja, das lasse ich mir nicht zu. Und tschüss, Mann. Du bist auch weg. Jetzt habe ich gerade... Ach, was Magica war das? So. Noch jemand hier oder was? Die gammelige Uhr. Die gammelige Uhr. Da, da, da. Ich bin vergiftet. Das ist egal. Okay, ich wollte gerade sagen, so jetzt kriegen wir auf die Fresse, aber haben doch nicht. Na, 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 na. Und einmal ein Schw... Wo oft er keinen Gegner trifft. Cool. Aber was? Ich würde kein Team-Up mit dir machen. Aber okay, wenn du es unbedingt willst, können wir machen. Okay, wenn du es unbedingt willst, Digga. So. Digga hat sich umgedreht. Das ist ein Problem, weil... Ich wollte gerade sagen, jetzt hat er sich definitiv fett gemacht und dreht jetzt am Raster so ein bisschen neben mir. Hinter mir. Nicht neben mir. Hinter mir. Geh weg. So. Und jetzt erstmal ich ihn jetzt verschlagen. Dann können wir ein Eis reinballern. Zack. Und tschüss, Mann. Ach, da lebt noch einer. Da lebt noch einer. Da lebt noch zwei. So, spät auf Level 3. Und das war's. War ziemlich simpel, muss ich ehrlich gestehen. Und ziemlich gar nicht so schwer. Und zwar nicht so schwer. Ich bin Aqua. Ich trainere unter Master Erecus. Und ich bin Mickey. Ich war der Yen-Sinn's Apprentiz. Ich bin zurück zu ihm für ein bisschen mehr Training. Ich fühle mich in dieser Frau. Du denkst, dass das warum sie sie attackieren? Yep, I think you might be absolutely right. If you ask me, she must be somebody pretty extraordinary. Yes, I'm quite certain she's someone we're supposed to protect. Let's join forces. Oh no, not now. I'll be okay. See you real soon. Here. Are these for me? I picked you some flowers. Thank you for saving me. Oh, they're lovely. You're so sweet. My name's Kairi. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Aqua. Kairi, about that light... Kairi! Oh, Grandma! Wait, Kairi, just a minute. I just cast a magic spell on you. One day when you're in trouble, the light within you will lead you to the light of another. Someone to keep you safe. Thanks! There you are. It's time to go. Okay. Oh. Bye! Hey, Grandma. Hmm? What is it? Could you tell me that story? Again, dear? Please. Very well, then. Long ago, people lived in peace, bathed in the warmth of the light. Everyone loved the light. Then, people began to fight over it. They wanted to keep it for themselves. And darkness was born in their hearts. The darkness spread, swallowing the light in many people's hearts. It covered everything, and the world disappeared. But, small fragments of light survived, in the hearts of children. With these fragments of light, children rebuilt the lost world. It's the world we live in now. But, the true light sleeps, deep within the darkness. That's why the worlds are still scattered, divided from each other. But, someday, a door to the innermost darkness will open, and the true light will return. So, listen, child, even in the deepest darkness, there will always be a light to guide you. Believe in the light, and the darkness will never defeat you. Your heart will shine with its power, and push the darkness away. Mm-hmm. Kairi, something tells me, I didn't run into her by accident. Unversed! It never ends! Okay, du kannst dir zu Miki ein Dimensionen-Sink herstellen. Ähm, ja, wir haben Kairi getroffen. Schicksalswink, Antise-Schlüsselschwert ermöglicht kritische Treffe häufiger. Die Szene ist wichtig. Wir haben das, was sie gerade geredet hat, die Großmutter von Kairi, die Geschichte kennen wir. Die haben wir in Hollow Bastion damals, kurz bevor wir nach Hollow Bastion damals gegangen sind, haben wir die auch gehört und gelesen. Ähm, und, ja, was soll ich groß erzählen? Ja, wir haben Kairi getroffen, und es ist eigentlich wirklich eine sehr wichtige Szene da oben gewesen. Aber ich weiß erst mal, kommen wir in den Schlüsselschwert. Ich weiß. Schickt als Link, das ist sogar besser. Ähm, die... Ja, habe ich gerade eben... Ich wollte es gerade schon wieder vorlesen, wo ich es gerade erst vorgelesen habe. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Und, ja, wir haben den Gegner, den wir gerade gesehen haben, die kennen wir ja noch. Ach, stimmt, sie hat ja, ach, ja, genau. Sie hat ja nicht den langen Weg, wir müssen ja nur ein ganz kleines Stück zurücklaufen, zum Glück. Wir müssen ja nicht komplett ganz zurücklaufen, wir müssen ja von hier nur den rechten Weg oben lang gehen. Zum Glück. Ich bin ganz ehrlich, zum Glück. Den ganzen Weg nochmal zu kämpfen wäre ganz schön stressig. Okay, aber wir haben besseres Schlüsselschwert, das ist cool. Ja. Jetzt habt ihr auch erfahren, wo Kyrie herkommt. Aus Raining Garden. Aber warum... Na, ich... Ich... Nein, ich kann es auch jetzt nicht sagen, weil das würde ein bisschen so am zweiten Teil auch ein bisschen spoilern. Und den werden wir auch noch let's playen und das wird auch nicht mehr so lange, glaube ich, dauern. Na ja, sagen wir mal so doch schon, wir haben auch ein paar Spiele vor uns. Aber, na ja, ich denke mal schon gewiss, wie ich es meine. Eisrall Level 3. Okay, der Dicke lebt noch. Den wollen wir mal kaputt schlagen einmal. Na, komm her, dreh dich um da. Alter, ich wollte gerade Konter machen, du Arsch. Und dann macht der hier so eine Kacke, weißt du was? Das ist mir jetzt scheißegal, du kriegst jetzt einen Blitzraub und das ist... Egal, weißt du, das magst du auch, ne? Da gibt's zu. Und tschüss, Digger. Okay. Erlebt noch im Burs, ne? Ach, der unten, die Arschläger. Warte mal kurz, ich bin ein Stück zurück. So, können wir ja... Danke. Ich wollte also sagen, ich würde aber kurz an meine Kommandos bitte, weil ich Schwertwuff gelevelt habe und Heikun jetzt endlich gelernt habe. So, mal gucken. Antigraffristen... What the fuck? Ach ja, wir haben getauscht. Okay. Dann wäre noch Aero mit rein. Okay. Das ist gut. So langt das, glaube ich, auch erst mal. Das würde, glaube ich, schon in Ordnung gehen. So, Zeit, wie wir es jetzt haben. Wir haben starken Zauber drin. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Jetzt werde ich getroffen. Ne, doch nicht. Okay, doch. Ich werde doch getroffen. Okay, ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt getroffen. Ich werde doch noch zum Schluss getroffen. Du Arsch. Ne, komm, geh weg. Aero. Okay. Warum hat jetzt keine Aero getroffen? Antigraf-Level 3, Antigraf-Level 2. Jetzt können wir gleich schon wieder tauschen, ey. Das ist irgendwas schon wieder. Auch Blitzra gerade eben. Okay, komm, Meister, haben wir gelernt. Was haben wir denn noch hier so schön? Ist das Antigraf, will ich das zweite nicht reintun? Dann packen wir jetzt, ähm... Wir machen einen Stop rein. Weil Schlaf haben wir schon einmal komplett gelevelt. Und jetzt soll ich erst mal einen Zauber reintun, den wir noch nicht drin hatten. Das ist halt eben Stop in dem Fall. So, zack und zack. Ich sag auch ganz ehrlich zu euch, ich würde gerne jetzt noch erstmal nochmal ein Level steigen wollen. Und jetzt hab ich ein Problem... Genau. So, jetzt haben wir zumindest mal Stop hinbekommen. Da, 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 da. Ars Magica. So, das war klar. Da hab ich schon gedacht, dass Ars Magica sein muss. Weil, war ein bisschen unlogisch, wenn wir jetzt irgendwas anderes gehabt hätten. So, jetzt komm her. Wer denn jetzt eh gleich hat, so brauche ich gar nicht mehr groß kämpfen. So, komm her. Welches Level waren wir mit Ventus damals, als wir gegen den Rüstungsmarkt gekämpft haben? Wisst ihr das noch? Ich weiß jetzt nicht ganz genau mehr. Aber wir sind auf jeden Fall schwächer... Also, vom Level her sind wir schwächer als gerade mit Ventus zu dem Zeitpunkt hier. Oder? Nee, wir sind doch nicht schwächer, oder? Wir sind doch nicht Level schwächer, oder? Ich weiß es jetzt echt gerade nicht. Ohne Scheiß, ich bin mir nicht... Alter, aufsehen. Jetzt bin ich über Arschen. Ich sag, auf die Hand zu besuchen. So, wir zerschlagen ihn noch hier. Abwehr gestiegen... Äh, nicht Abwehr, Magie gestiegen. Ich glaub, ich sag, Level gestiegen, aber der kam hier irgendwie auf Abwehr. So, Stopp, Level 2. So, weiter geht's. Ich werde jetzt gar nicht hier groß irgendwie jetzt noch aufgehalten werden. Wir gehen weiter. Dann sind wir nicht jetzt schon bei Bossfight. Ich glaub, das schaffen wir auch ohne Trotzkopf. Wir haben zu dem Zeitpunkt schon Trotzkopf gehabt. Dann kann das sein. Was soll ich groß für den Bossfight sagen? Wir machen ihn jetzt das dritte Mal jetzt. Das kann ich euch sagen. Der dritte Bosskampf gegen ihn. Ja, gut. Bei Ventus müsst ihr sehen, so. Wir hatten davor ja auch den Kampf gegen Venitas gehabt als davor. Und wir waren irgendwie dann nachher irgendwie zu starkes Level, oder? Ich weiß echt grad nicht mehr... Ich mein, waren wir nicht irgendwo... Ich bin mir echt grad nicht mehr sicher, weil das ist echt schwer gerade zu überlegen, weil... Bei Ventus war es da so. Wir hatten hier aber schon Trotzkopf gehabt, mein ich. Ja, ich mein, wir hatten hier schon Trotzkopf. Kann auch sein, dass ich mich jetzt schon irre. Aber es ist auch nicht so schwer, wenn ich mich jetzt irren sollte. Ach Gott, jetzt treffe ich mich nicht, ja? Ich kann's sagen. Okay. Verwirrschlag, bevor wir jetzt irgendwas machen hier. Alter, wir sind gerade verarschen. Ich wollte gerade angreifen, du Arsch. Erstmal die Beine. Alter. Hier. Wir müssen doch ein bisschen, glaube ich, aufpassen, denn bevor wir jetzt hier unnötig getroffen werden, nochmal. Und das nächste Mal beim nächsten Treffer könnte auch schon etwas wehtun. Okay, wir sollten einmal gehen. Vor allem sollten wir uns heilen. Wuhu. Okay, aufpassen. Alter, angreifen. Alter, ist das eine Scheiße grad hier. Okay, okay, okay. Wir können kein Dealing machen. Das ist natürlich jetzt etwas ägerlich, muss ich sagen. Ach, sind alle tot wieder. Boah. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Aufpassen. Ich würde gerne mich heilen, einfach. Ich würde gerne mich heilen. Leute, Leute, heilen. Das ist schön, aber ihr dreht mich nicht so am Rad hier. Boah. Das Problem ist kein Trotzkopf. Ich muss einmal heilen, danke. So, jetzt weiter. Wuhu, es ist doch nicht so leicht. Okay, jetzt haben wir zumindest den Ersten schon kaputt gekriegt. Ach so, warte. Ist es nur noch er hier am Leben, kann das sein? Ach nee, ich wollte gerade sagen. Ich war gerade echt ein bisschen so überlegen, so, warum lebt aber nicht nur noch er hier? So, Goldrausch trifft nichts, war auch klar. Mama. Okay, ich wollte gerade sagen. Oh, es hat richtig Schaden gemacht gerade, Alter. Was geht, Alter? So, nächster kaputt. Jetzt liegt nur noch, Alter, jetzt liegt nur noch er Psychopath hier. So, dafür mach ich. Ach, wir haben gar keinen Fokus mehr. Alter, das hat die ganze Fokusleiste gerade geklaut. Alter, das hat die ganze Leiste geklaut. Ausweichen. Okay, jetzt war, Alter, ich wollte gerade sagen, es war irgendwie nicht so ganz schlau. Auffassen. Ich wollte gerade angreifen wieder. Danke, jetzt geht's auch wieder. Ich wollte gerade sagen, das war irgendwie ziemlich komisch gerade. Wir haben gar keinen Feuerraum so drin, Männer. Kann das sein? Ich wollte gerade sagen, wir machen mal eine Runde Feuer, aber es geht gar nicht. Weil wir gar kein Feuer drin haben. So, kurz aufpassen. Geht doch mal wieder an, Alter. Weiter angreifen. Wäre cool, wenn Ventus und Terra die Stärke hätten, wie wir den im Let's Play hatten, zu dem Zeitpunkt. Alter, hier, kriegst du alles wieder. Deine ganze Kacke wieder. Mal heilen wieder. Jetzt dreht er wieder am Rad. Wieder aufpassen. Okay, okay, okay. Ihr könnt weiter angreifen. Ich muss einen Ausweichen. Wenn ich sterbe, ist der Kampf nämlich zu Ende. Und das ist scheiße. Ich weiß auch gar nicht, ist Hollow Bastion denn zu Ende? Wenn wir den besiegt haben? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Okay, das war's. Wir haben gewonnen. So, und tschüss, Mann. Maximal LP und Klingeln Aura erlernt. Okay, das war echt schwer, weil wir echt eine Endstelle mussten. Wir mussten echt extrem aufpassen, weil wir halt wirklich ein Treffer sind. Wir wären tot gewesen. Aber wir haben es ohnehin im First 2 wieder geschafft. Das ist schön. Wenn man alles im ersten 2 schafft, ist es cool. Und wesentlich besser, als wenn man 15 Mal... Wenn man 15 Mal braucht. Ich habe ihn. Wir machen eine gute Team. Wir machen natürlich. Oh ja, ich habe dich diese Ticket. Für was? Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn. Ich möchte dich nach Hause bringen. Es ist okay, Aqua. Vertraue mir. Dieser Mann in der Maske ist Geschichte. Er wird niemals wieder Malterra verletzt. Du hast den Mann in der Maske gesehen? Uh, ja... Ja? Vanitas. Venn. Du lässt Aqua dich nach Hause bringen. Keine Weise. Ich will mit euch. Du kannst nicht. Wir haben eine gefährliche Aufgabe vor uns. Ich will nicht, dass du dich verletzt hast. Und was ist diese gefährliche Aufgabe, Terra? Es ist nicht so, was der Master gesagt hat. Es könnte eine andere Route sein, aber ich kämpfe die Dunkelheit. Ich bin nicht so sicher. Ich bin in den gleichen Welt, wie du, und ich habe gesehen, was du gemacht hast. Du musst dich nicht so nah an der Dunkelheit stellen. Hör auf dich, Aqua. Terra würde niemals... Du meinst, dass du mich spierst? Ist das was er gesagt hat? Das Erste? Er war nur... Aqua? Ich verstehe. Terra! Terra! Just stay put! Ich bin jetzt auf meinem eigenen Weg. Okay? Terra, bitte! Hör auf! Der Master hat keinen Grund für dich verraten. Er hat nur Angst. Er hat nur Angst. Du bist verrückt, Aqua. Und jetzt weiß du die Wahrheit, aber der Master lebt Terra. Und sie auch wissen. War du auch mich noch holend zurückgekommen? Aqua... Jetzt, dass du ein Keyblade Master bist, dust das nach dir zurяз peuvent auch zu ihr. Ich werde Tara suchen. Ich werde Tara suchen. Tara? Dann? Okay, Disney-Stadt passt. Ich muss immer wieder grinsen bei der Szene, wenn er die Pessie den beiden gibt. Das ist so lustig, ohne Scheiß. Der Gesichtsausdruck von ihm ist auch cool. Okay. Ja, den Boss hat es geschafft. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Oh, und wir sind auch hier lang. Okay. Sind wir nicht auf dem Stück jetzt gerade wieder, wo Madventus auch lang gelaufen ist? Hinten hier auf die Strecke. Oh, das geht auch durch die Strecke. Ach Gott, ich habe recht, wir sind echt hier. Oh, nee. Ach, come on. Lass mich, lass mich hier in Ruhe. Lass mich hier in Ruhe. Ja, ich weiß noch, ich kenne die Stelle. Das ist gar nicht so lange her, als wir hier waren. Das ist noch gar nicht so lange her. Aero-Level 2. Aero-Level 2 und Verwehrschlag. Und Antigraf. What the fuck? Aero-Ramme bekommen gerade. What the fuck? Weißt du, was gerade ärgerlich ist? Mein linker Bein ist gerade eingeschlafen. Ich sah es die ganze Zeit auf mein Bein drauf. Also, ich habe meine Beine mal angewinkelt, wenn ich aufnehme. Und das ist eingeschlafen. Das fühlt sich gerade ziemlich komisch an. Ähm, ja. Geh weg. Alter, ich stand doch nicht mal in der Nähe, du Arsch. Was soll das? Was ist das? So, komm. Komm kaputt. So, kann ich jetzt mal bitte? Kann ich nicht, weil der Gegner in der Nähe ist, ne? Doch, ich kann doch mal mit Löffel. Gut. Alles klar, machen wir auch immer. Wir tauschen noch die Kommandos einmal aus. Aus. Und gehen dann auf weiter gleich. Ähm. Aeora packen wir rein. Und was haben wir noch hier so schönes? Fesseln haben wir noch. Gift haben wir Schlaf haben. Haben wir noch mehr Schlaf mit rein? Okay, Leute. Ich werde den Partner an dieser Stelle spenden. Und im nächsten Part werden wir in die Richtung da weiter gehen, wo wir jetzt gerade nicht hingucken. Dreh mal um da. Aqua. Bitte in die andere Richtung gucken. Da lang. Wir gehen in die Richtung nächstes Mal. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Und. Ciao.